Bei den plattdeutschen Inszenierungen der Theatergruppe Westerburg setzt Regisseurin Anne Schrader nun schon seit Jahren auf frische Stücke, junge Darsteller und originelle Bühnenbilder. In puncto Aktualität schießt sie mit ihrer diesjährigen Inszenierung den Vogel ab. Das Waldkampf von Lütt-Wegenau ist eine plattdeutsche Persiflage auf das Dschungelcamp bei RTL. Zusammengewürfelte, mehr oder weniger prominente Menschen müssen sich in der Wildnis bewähren und Ekelproben bestehen, um zum Schluss das ganz große Geld abzusahnen. Anne Schrader hat diese Komödie in drei Akten des Bühnenschriftstellers Helmut Schmidt ins Oldenburger Platt umgeschrieben und mit ordentlich Lokalkolorit angereichert. Das honorierte das Publikum bei der Premiere am Freitag im vollbesetzten Saal im Gasthof Meier in Hundlosen.